So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, wie ihr seht, wieder mal das normale Texturumpack. Ja, woran liegt das wohl? Ich habe endlich 1.7. Endlich ist 1.7 raus und ich... Ach Gott, bin ich... Ach, wie könnte man sagen? Ich bin so aufgeregt, wie das hier so laufen wird. Wisst ihr, wie ich meine? So wie das Piston ist, also wie man dann die Blöcke verschieben tut und so. Ja, also bauen wir mal das... Ach ja, genau. Schaut mal, was ich gefunden habe. Ich war letztes Mal in der Höhle und habe noch 4 Obsidian gefunden. Ja, äh, ich habe glaube ich, das ist jetzt übertriebenerweise gesagt, so... Ja, so... Ja, ungefähr 2 Stunden habe ich locker gebraucht, um... Ja, um Obsidian zu finden. Ist mir auch mittlerweile gelungen. Huch. Ja, und dann können wir uns unser Traum vom Netter anscheinend verwirklichen. Habe ich eigentlich peaceful? Nein, easy. Sehr schön. Wir müssen hier noch höher machen. So. Das muss unbedingt höher sein. So, als du es mal... Das Obsidian wieder abbauen. Lala-la-la-la-la... Das kann lange dauern. Dupidu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du... So. Ähm... Jetzt haben wir 5. Sehr, sehr schön. Näh. So. So, ich hoffe, das hebt. So, machen wir hier noch ein paar Lichter hin. So, jetzt müssen wir uns ein Feuerzeug craften. Das macht man aus Flint. Machen wir mal ein Stück. Und aus einem Eisenstück. Ah, haben wir gerade zur Hand. Das ist sehr schön. Goldhammer auch. Ich weiß, Entschuldigung, dass das jetzt wieder so schade ausschaut, die Textur hier. Aber das kann ich leider auch nicht ändern. Mieser HD hat noch nicht auf 1.7 geupdatet. Ja, also. Jetzt habe ich die Eisendinger vergessen. So, das ist ganz gelabern hier. So. Jetzt. Es geht so und so. Und dann bekommt man ein Feuerzeug. So. Jetzt hoffe ich mal, dass das klappt. Und los. Ja, es klappt, meine lieben Freunde. Wir haben unser Portal. So, aber da werden wir erst in der nächsten Folge reingehen. Wir wollen ja nicht, dass die Stimmung jetzt dann schon so, sag ich jetzt mal, kaputt ist. Weil ich möchte noch mit euch in die Höhle, also in die andere Höhle, die da drüben gehen. Und ja, das machen wir jetzt. Auf jeden Fall werden wir das nächste Mal, also in der nächsten Folge ins Netter geben. Mhm. Weil ich möchte nämlich warten, bis das Mieser HD Texturmpark hier fertig ist. Damit ich dann auch, ähm, ja, das Netter gut repräsentieren kann. Äh, in der Mieser ist es richtig geil, das Netter. Ja, okay, Holz habe ich dabei. Halleluja. Puh, so, dann stürzen wir uns mal wieder in die Höhle. In die alte Höhle. Die habe ich eigentlich noch nie so richtig erforscht. Oh, okay. Guck mal doch gleich. Ah, jetzt habe ich wieder die Diamant-Hacke genommen. Wollte ich eigentlich nicht. So. Huch. So. Jetzt hoffe ich nur, dass hier nichts bösartiges ist. So, man muss hier so ein teilen. So. Guck mal, was hier so los ist. Gold. Na, was in das ein Teil? Wie ist das als gekommen? Das kenne ich natürlich nicht. Mikros, äh, Minecraft. Beto, das habe ich noch nie gesehen da oben. Keine Ahnung, was das ist. Hm. Naja. Okay, hier ist nichts mehr. Ähm, ich glaube, das ist, weil die nicht wollen, dass ich sozusagen Werbung, in Anführungsstrichen, äh, Anführungsstrichen, mache. Aber naja. Was will man machen? Was will man machen? So. Ich hoffe, jetzt, das stört jetzt nicht so, äh, während dem Let's Playen. So. War das jetzt das einzigste hier? Das ist ja dann mini-klein. Ne, na, das muss schon mehr sein, ja. Oder, das kann jetzt sein, weil ich offline spiele, ähm, und, ja, weil ich wollte Logging-In machen und da kommt nur das Logging-In-Zeichen und mehr kommt da nicht. Ich glaube, das liegt an 1.7, so ein Bug-mäßig. Ah, genau. Na, oh, so Creeper, siehst scheiße aus in den alten Diafuls-Texturmpack. So. Dann gehen wir hier mal runter. Hm. Nobody here? So. Einmal. Zweimal. Ach, du Scheiße, das ist ja schon wie... Oh, nee, das ist ja auch so eine große Höhle. Boah, jetzt habe ich schon wieder mich erschrocken. Boah, ich hab... Boah, ich hab... Boah, ich hab' mir grad voll zusammengezuckt. Heidige Schade, du. Wüsste, was, ich mach' mir schnell hier. Ich hoffe, ich hab' jetzt Kohle dabei, hab' ich Kohle dabei? Natürlich nicht, das heißt, wir müssen Kohle abbauen, damit uns schnell Fackeln machen können. Nimm uns gleich die Kohle. Machen wir gleich mal vier. Das müssten vier sein, ja. Okay, und dann machen wir uns schnell Fackeln. Und dann kann das Höhlenabenteuer weitergehen. So. Perfekte vier. Zack. So. Ich hoffe jetzt mal, dass das Skelett nicht mehr anwesend ist. Doch, da unten ist es. Na. Oh. Ha. Hättest du nicht erwartet, ne? Dich erwische ich schon noch. Au. Ja, ist klar. Oh, Scheiße, das ist ein zweites. Hm, hm, hm. Du musst Schläge? Dann komm' her. Ah, und ich hör' noch rein, auch noch rein hier. Immer schon nette verstecken. Dann erwischt mich keiner. So. Anscheinend ist hier nicht... Nisch... Ja, 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 Leute! Wollte mich verarschen. Ey, nur so, wie ich hier, ich kriege gleich ein Herzkasper. Ah, ich glaub' hier dürfte Lava sein, weil es ist oder auch nicht. Okay, das hab' ich mich verirrt. Ne, doch nicht. Sehr schön. Wollen wir uns hier schnell so'n Teil, wenn ich auch weiß, dass ich hier in der Nähe von Ausgang bin. Ach, das ist so ne vielversprechende Höhle, ey. Ich merk' jetzt schon, das könnte hier unser Tod werden. Uh, das klang' ziemlich gruselig. Spider-Man! Au. Okay, nichts mehr hier. Sehr schön. So. Zack. Dann gehen wir hier wieder raus. Was machst du denn jetzt hier? So. Easy peasy. So, nimm uns noch hier das Eisen mit. Ja, dann machen wir hier. So. Das Sieg mir hier ziemlich schlecht in den Textturm-Pack. Mathe will man machen. Ja, ja. So, 1.7 ist raus. Ich hab' mir eigentlich schon mehr erwartet. Also, was ich jetzt bis jetzt nur gesehen hab' war, ähm... Oh, du Spaten-Campster immer noch. Ich geh' jetzt erst mal hier hin, mach' ja, fackeln. So, Freundchen, jetzt krieg's der Ärger. Hä? Ja, äh, äh, flieg runter. Ha. Das hättest du nicht erwartet von mir, wahr? Ha, ha. Du, dummer Köter. Ja, what, äh, herr, herr. Schaut doch mal die ganzen Viecherjahre an. Also, wenn ich hier runterflick dann, ist es wirklich Game Over. So, wir hauen jetzt hier wieder ab. Wir haben das, was wir wollten. Eine Höhle. Ein bisschen Action mit Viechern. So, jetzt gehen wir wieder raus. Wir hören schon Bertha. Das ist gut. Hm. Jetzt haben wir eigentlich noch 5 Minuten Zeit. Wisst ihr wat? Ich bin mal lieb zu euch. Und wir gehen jetzt ins Netter. Okay? So. Damit wir euch auch mal eine Freude machen hier. Und es wird dunkel. Dann ist es ja eigentlich recht gut, dass wir jetzt zum Netter gehen. So. Dann gehen wir mal rein in die Kugelstube. So, let's go. Ha, ha. Könnte jetzt wieder etwas lange dauern, weil ich nehme hier auf. Und dadurch ist die ganze, ähm, Ladezeit etwas, ähm, verzögert. Und deswegen, ja. So. Das ist das Netter. Die Höhle. Ähm, wir bauen unser Haus. Oh, das eignet sich ja perfekt dazu hier. Dann bauen wir hier gleich unser Stützpunkt. Ich möchte jetzt nichts von Gast, Gests, Gests angegriffen werden. Keine Ahnung, wie die heißen. Ähm, also, äh, Jests sind so welche quallenartigen Viecher, die, ähm, so Kanonenbälle schießen. Ähm, so ähnlich wie Creeper, nur dass das halt schießen, wie gesagt. Oh, man fang ich schon wieder mit dem, wie gesagt. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja. Hier gibt's zwei, ich glaub, ich schätze mal, zwei Arten von, ähm, Mops hier. Oder sind's drei? Ne, sind's schon zwei. Und zwar, ähm, wie gesagt, die Chests, Gests, oder wie man die ausspricht. Ähm, natürlich auch Pigmen. Das sind so halb Skelett, halb, äh, Schwein. Ah, hört ihr sie? Hört ihr das? Hört ihr das? Genau diese Stimme machen die Chests. Ich werde euch mal mit ihnen bekannt machen. Oh. Ach, das ist ja wie... Ah, das ist ja gut. Dann, das heißt wohl, dass hier keine Chests spawnen. Weil's hier schön zu ist. Na dann, okay, jetzt sind wir ja netter. Das ist gut so. Hammer noch. Ja, Hammer, sehr schön. Können wir uns gleich nochmal, ähm... Knochen brauchen wir jetzt nicht. So. Machen wir uns gleich nochmal 17... Ähm, Fackeln. Hier ist es noch ein bisschen dunkel, Entschuldigung. Aber wir haben's ins Netter geschafft. Ja, das ist schon mal ein sehr großer Fortschritt. Auch wenn das jetzt Part 18 ist, dass wir gleich ins Netter konnten, das ist ja eigentlich schon ziemlich gut. Na, ich hatte ja auch ziemlich Glück mit der Welt eigentlich, muss ich schon sagen. Also die Welt ist eigentlich echt gut, also die Welt gefällt mir echt super. Ja. Ja. So. Ah, hier unten ist Soul Sand. Sehr schön. Oh, das ist kein Platz mehr. Was könnte man wegwerfen? Gunpowder, das brauchen wir nicht. Ich mach jetzt hier bloß so, ja, so ne Wand davor. Und dann bauen wir uns so tunnelartig dann weiter. Also, ich mein jetzt so, ja, wie die, ähm, ja, so tunnelartig halt in andere, ja, sag ich mal, Räume. So. Naja, bis jetzt finde ich's ja schon mal ganz gut, dass hier keine Jests spawnen. Was ich hier schade finde, dass hier keine Pikmin sind. Und dass ich sie euch leider noch nicht zeigen kann. Aber wisst ihr was, das werde ich jetzt ändern. Und wir schauen mal, ob ich einen finde. Ich werde hier auch so Wegpunkte setzen, weil... Ja, im Netter... Da, hier ist ein Pikmin. So sehen die aus. Die sind friedlich, aber wenn man sie angreift, so wie jetzt gerade, dann sind sie sauer. Was, warum bringt ihr kein Fleisch? Wo bist du? Na, du? Na, du? Na, du? Da, die bringen dann warmes Fleisch. Na, toll, jetzt habe ich leider keinen Platz mehr. So, was war sonst noch weg? Äh, Federn. So. Bau, das hat's mir hier noch so ein Teil. Ja, das waren gerade Pikmin. Die Jests weiß ich jetzt nicht, ob ich die noch finden werde hier in dieser Folge. Ach, haben wir sowieso schon 15 Minuten. Das ist ja wirklich schade. So, ja. Ich verabschiede mich für heute. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es hier heißt, let's play Minecraft. Ciao, Leute. Ciao, Leute.